Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Big Run Runde. Heute machen wir nicht mal eine Runde Big Run, also einen Video Big Run, sondern zwei. Es ist so special so ein bisschen und mit dabei haben wir mal wieder einen Kollegen, der seit längerer Zeit nicht mehr auf dem Kanal aktiv war, bis ich so das erste Mal wirklich nach längerer Zeit mache ich mal wieder eine Aufnahme mit einem anderen Freund so und zwar, der bitte Löwenherz, was geht? Moin, moin, was geht? Was geht? Ja, ich dachte einfach so, yo, wir nehmen für ihn schon mal eine Folge auf, deswegen dachte ich mir, ja, nehmen wir direkt auch direkt miteinander, auch für mich eine auf. Leider ohne Sound, weil das Problem ist halt, dass wenn ich mit anderen im Voice bin, dass dann der Sound bei den anderen viel zu laut ist und ja, deswegen ist dann die Ohren am Arsch, glaube ich mal. Deswegen werde ich einfach Hintergrundmusik einfach in den Hintergrund, glaube ich, einfügen. Das sollte mich gut empfassen. Und ja, ich bin, glaube ich, auf Legende, weiß nicht mehr, 300 oder so, 300 oder so, glaube ich, keine Ahnung, weil ich ein bisschen runtergegangen bin, weil, ja, es ist ein bisschen schwierig alles zu killen, alles. Deswegen bin ich halt runtergegangen. Ich werde, glaube ich, ursprünglich auf 800 am Ende noch. Und ja, mal gucken, was wir hier noch leisten können zusammen. Und wir sind, glaube ich, wieder fast am Sterben. Bei dem Guten Löwenherz gibt es auch eine Folge. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist, keine Ahnung. Aber es sollte auf ein Fall gleichzeitig rauskommen, unsere Folge, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß halt leider nicht, wann die kommt. Ich habe absolut keinen Schirmer. Ja, ich hoffe mal, wir kommen gleichzeitlich, die Folge. Aber, ja, bei ihm haben wir keine einzige Runde gewonnen. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen bei mir. Schon mal gespoilert. Aber ich hoffe mal, die Leute, die jetzt bei mir zuschauen, dass die davor deine Folge geschaut haben. Wahrscheinlich aber nicht. Keine Ahnung. Das wäre auch schön. Aber ich rechne auch nicht damit. Tuhe. So, aber die Runde soll ich eigentlich schon mal schaffen. Ich glaube, wir sind am Arsch. Nein, sind wir nicht. Ich habe es gesaved. Ja, ich bin dann weg, ne? Perfekt. Ja, ich auch. Sehr schön. Wow. Wow. Also, hätte ich jetzt gerade nicht getroffen, das wäre schief gegangen. Ich meine, wir können es ja auch in der nächsten Runde mal testen, ob der Sound bei dir so laut ist. Keine Ahnung, ob du mich dann auch verstehst. Aber früher war es nicht der Fall. Früher war es nicht der Fall. Aber ich muss zugeben, ich habe meinen In-Games-Tong gerade auch aus. Ich weiß gar nicht. Wann haben wir das letzte Mal für mich Satun mit dir aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mal mehr. Das war schon Ewigkeiten bei mir. Ewigkeiten, ja. Also, bei dir aktuell auf jeden Fall. Halt gerade erst. Aber bei mir, ich glaube, das sind schon zwei, drei Jahre her. Also, Splatoon 3 haben wir, glaube ich, sogar noch nie gemacht. Nächsten 3 auf jeden Fall noch nicht. Nee. Ich meine, allgemein, ich habe nur... Splatoon 3 haben wir noch nie gemacht. Ja, ich habe eh nur mit Vic den nächsten Splatoon 3 aufgenommen. Sonst habe ich auch mit keiner anderen Person selber draufgenommen. Und so. Ja. Also, Splatoon 3 haben wir einmal mit... Damals noch mit Tobi und mit Justin gemacht. Aber da hattest du ja nicht aufgenommen. Stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Wir hatten nur vier drei eine Folge. Das war... Aber sonst, allgemein, ich habe auch noch kaum mit irgendjemand anderem Splatoon 3 aufgenommen. Also, am meisten halt noch mit Shaddy, aber... Ja, mit Splatfest und so. Jaja. Aber sonst... Halt gar nicht. Ich bin tot. Ja. Ohne wirklich. Scheiße. Ja, irgendwie lebt mich keiner wieder. Der Sniper hat... Alles klar, habt ihr es gesehen, Leute. Der Sniper hat mich einfach gar nicht gesehen. E-passer näher, Mann. Ja, dann mache ich mir mal einen Ultronen an. Haben wir ein bisschen so. Äh, ich klappte ihn nicht. Äh, ja. Ja, das sieht äh... Bischissen aus. Ich versuche mal, die Deckleiter umzukehren. Aber es wird nichts. Nee, nee, nee. Das ist verloren. Das ist verloren. Ich bin genau wiederbelebt, weil er einfach keinen Bock hat auf mich. Nein, ich hatte einen Highhammer, einen Hammer, Highfuck. Rest in peace. Ja, solche Runden liefen immer bei Löwenhats ab. Also, bei dem guten David, das ist super toll. Ja, aber ich verliere allgemein in Splatoon immer nur. Vermangel. Siehe, letzte Eventkämpfe. Ähm. Die waren super toll. Ich weiß. Hat mir auch richtig Spaß gemacht, Kappa. Ja, natürlich. Ja, ich bin 56.000. Super toll. Und ja, hier ist nochmal mein Highscore. Ihr werdet ja auch hier noch reden. Ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich die Ergebnisse ja so gemacht. Also, egal. Es ist nur ein B-B-B-Sieg. So, jetzt runter. Jawollo. Ja, in der letzten Folge kamen, glaube ich, schon die Ergebnisse raus. Deswegen wurde das ja schon gespoilert. Deswegen wisst ihr schon, dass ich 179 hatte wahrscheinlich. Und auch 5%. Pff. Easy. Deswegen, ja, muss ich das jetzt irgendwie spoilern. Wirklich. Ich habe nur keine Ahnung, was ich als Fabnator verwenden soll. Weil in der ersten Folge habe ich wahrscheinlich die Duelis verwendet. Die Bär-Duelis. Und die hat also, keine Ahnung. Immer am besten ein Gesicht von mir. Dann haben meine Hater wieder Meme-Vorlagen. Okay. Ich nehme aber das Ding. Das Intergrone, okay? Nein, bitte nicht. Das ist scheiße. Warum? Das ist doch voll schön. Also, einerseits finde ich es cool. Andererseits mit dem Hintergrund dahinter. Das ist scheiße. Mal gucken, was ich mir mal. Das ist ein lustiges Bild. Ja, ich wollte ja auch mal mein Profilbild ändern, aber... Ich weiß nicht. Ach, scheiße, ich will den Sound ja eigentlich lauter machen. Noch ein paar. Mal gucken. Vielleicht mache ich die nächste Runde mal an. Dann gucken wir mal, ob deine Augen wegschadern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und das Ziel ist immer noch, eine Runde zu gewinnen. Das ist immer noch ein Challenge. Gute Challenge. Ich wurde ins Wasser geboxt. Die Serie geht weiter. Let's go, Junge. Bam, Alter. Welle 1 verloren. Let's go. So muss es sein. Perfekt. Weiter geht's. Du hast ein sehr schickes, schwarzes Outfit, wenn ich das mal beenden darf. Ja, dafür habe ich langgefahren. Ich kann das Weiße auch schon kaufen. Wow. Es geht weiter nach unten. Ja, ihr seht, ich war eigentlich am Ende fast 800, aber ich bin dann runtergegangen, weil es war so schwierig. So, ich habe jetzt mal den Sound angemacht. Ob das passt oder nicht. Okay, du hast den nicht. Perfekt. Das ist gut. Ich höre gar nichts, ne. Das ist super, das ist super. Jetzt haben wir hier oben. Okay. Ich hoffe, man hört den Sound auch gut. Hier, mal gucken. Okay, wir haben hier hinten, ne. Die sind da unten. Shit. Ich habe eine N-Zep, Shady freut sich. Da muss ich lauter machen. Ich habe gar nichts. So. Ja, das ist übrigens scheiße. Ich habe, glaube ich, im letzten Blick noch gar nicht mal erzählt, wie kacke es eigentlich ist, wenn wir hier hinten haben, weil normal ist eigentlich immer Schmutz, theoretisch gesehen. Das ist so. Das ist aber so. Das ist aber kacke. Der Scheiß regnet jetzt mal da unten. Ja. Ich glaube, ich muss den Sound doch ausmachen, weil ich verstehe kein Wort von dir. Das ist stark. Aber doch jetzt. Ja. Der Scheiß Regner soll jetzt mal da unten gehen, Mensch. Ja, die Regner sind am nerven. Aber mal gucken, ob wir diesmal eine Runde schaffen, so. Ich meine, das ist ja hier Niederlage Serien. Wobei wir privat echt eigentlich voll oft gewonnen haben, eigentlich am Ende. Ich weiß nicht, warum es jetzt auch immer so schlecht läuft. Ich habe keine Ahnung, weil das ist irgendwie schwierig. Das klappt uns jetzt hier ja keine Sau, aber wir haben privat echt viel gewonnen. Ja, ich kann es ja eigentlich auch zeigen, so unsere Siegesserie da. So, wenn ich gesehen habe. Ich habe das noch rausgemacht, weil ich habe kein Wort von dir verstanden. Ich bin laktoseintolerant und habe einen Lakt. Ich habe keine Unverträglichkeit. Wollte jetzt jeder wissen, ich weiß, aber... Ja, ich schon. Ich habe sie schon. Ja. Nein, es ging was? Das ist schlecht. Okay, äh, die erste Runde ging eigentlich ja gut. Mal gucken, ob wir das besser machen, ja. Scheiße. Wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ich hasse Regner. Ich habe den gekehlt. Perfekt. Ah, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Regner. Regner, Regner, Regner. Regner, Regner. Wir sind los. Ja, ja, komm, oh mein Gott. Alle tot da hinten. Ich kann halt nur die gleiche Musik immer einbinden, weil es gibt nur einen einzigen Pick von Musik. Das ist echt traurig, Alter. Warum gibt es nicht mehr Musik oder Musik? Das ist scheiße. Es gibt allgemein auch nicht viel Samaritan Musik, ne? Ja, das ist traurig eigentlich. Der wird immer so vernachlässigt. Mann. Oh, ich bin tot. Online-Mode gibt es wieder 19. Überleben, 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 überleben. Nein. Überleben. Ja, er hat es überlebt. Wer war das denn? Warte. Komm, letzte Welle. Jetzt müssen wir noch reinschwitzen. Äh. So, jetzt alles hier einfärben. Go, Kartuscherer, Waffentest, it in. Neuer Waffentest. In anderen Fall, kratzt du auch einen Waffentest. Ja. So, das haben wir hier. Der neue Schwapper und jetzt die neue Splatling. Der ist eigentlich voll geil, der Kartuscherer. Jetzt mal for real. Ja, ich finde den Schapper besser eigentlich. Der lädt nicht so langsam auf und hat solide Feuerkraft und solides Feuertempo. Die Kraft kann ich noch nicht so gut einschätzen, aber Feuertempo ist das Bild. Ja. Oh. Man hat den Färsch, aber das ist gut. Hallo. Hallo, Monsieur. Hau rein, Monsieur. Ja, wir haben schon gleich die Quote eigentlich. Also mit dem Lärm ist es besser. Das ist keine Lustiges. Und wir hatten viele von denen heute. Ja, aber mit den anderen lief es auch nicht besser, ne? Mit den Schreierlern, wie du gesagt hast. Ne. Stimmt auch. Wir haben auch versagt. Mit den Profis lief es auch nicht. Tja, bei mir läuft es auch besser. Ah, ich bin tot. Well. Mein PC hat mich gefragt, ob ich meine Systemleistung erhöhen möchte. Oh, hier sind voll viele Eier. Nein, danke für das Sichte. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, um die Quote noch überleben. Mal noch gucken, Kugel rein. Irgendwohin. Es geht alles um die Quote. Ah, mehr brauchen wir auch noch mehr. Jawoll. Oh, nur 40 Eier. Let's go. Nice. Aber wir haben eine Runde geschafft, siehst du? Oh. Das ist ganz einfach. Da hast du dann noch. Bicci kommt. Oroporos. Da brauchen wir gleich noch eine Runde und dann passt das. Machen wir so drei Runden. Drei sind immer gut. Oh, nee. Hüderoller. Ich weiß nicht, ob ich den kriege. Ist er wohl so, ist er da. Ein bisschen Damage drauf. Ja, ein bisschen. Jawoll. Das Special hat geregelt, Alter. Ja, mein Dino-Roller macht mir egal kein Damage. Boom. Okay, haben wir. Effekt. Ich bin da einfach nur drauf. Man kann hier nicht machen. Ah, nicht. Wir kommen nicht mehr. Den Zyklus. Nee, keiner hat ein Ei reingebelassen. Nein, der war so low. Nein. Wir haben den nicht bekommen. Er hat den Guru drangeballert. Oh, Mann. Ich bin tot. Ich brauche Hilfe. Der schafft wir das doch nicht. Nee, schafft wir nicht mehr. Ja, das wird nichts mehr. Ich bin doch tatsächlich tot. Ja, das war's. Der ist auch tot, glaube ich. Nee. Ah. Hä? Alles klar. Er hat irgendwie noch gescheit. Cool. Er war zwei Silber. Bei dir haben wir gar nichts bekommen. Wenn ich die Hälfte der ganzen Zeit tot bin, kann ich halt auch nichts tun, ne? Ach nee, bei dir haben wir gar keine Runde gewonnen. Stimmt. War ja was. Ich werde halt die ganze Zeit nicht wiederbelebt. Ich kann mich halt gar nicht wiederbeleben. Ich habe nur die noch erlacht. Ja, aber die anderen ja offenbar auch nicht. Ja, weiß nicht. Sah schon wieder aus. Boot the final round. Round five. Yeah. So, mal gucken, ob wir das Ganze nochmal wiederholen können. Wäre ganz nice. Wäre echt ganz nice. Wäre ganz schön real. Schild. Nee, lieber nicht. Jetzt kriegen wir Copyright-Problem. Genau. Das ist schwierig. Ja. Ja, wir haben hier normal. Normales... Flut und Ding ist halt press. Ich habe gerade ein Ei ins Nirvana geschmissen. Wollt eigentlich in den Korb werfen und der ist hier an so'n Laternenmasker. gestoßen und ins Wasser. Ja, das ist nice. Ja, ne? Ich habe nicht getroffen. Jetzt immer. Oh, oh. Nein, die Wand ist nicht eingefallen. Oh, ich habe doch geschafft. Hilfe. Geh den. Was? 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 Danke, Roller, dass du mich nach einer halben Ewigkeit wiederbelebst. Ach, das ist gerne. Die ganzen Eier fliegen gerade weg. Ah, perfekt. Ja, wir haben verloren. Ja, das war es mit der Runde wieder mal. Ach, ich habe wieder überlegt. Nice. Da von mir. Boom. Let's go. Oh, brav. Ja, ich habe nur so ein Scheiß-Gleichstift-Ding. Wir sind alle Eier, aber ich kann ja nichts einfärben. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt hier nichts. Ja, das wird hier nichts mehr. Ich tue, was ich kann. Das wird hier nichts mehr. Ich muss hier weg. Ja, das ist ja. Joa. Joa, schwierig, ne? Ja, das sieht schwierig aus alles. Perfekt. Letzte Runde verkackt. Geil. So muss es doch aussehen. Traurig. Tja, da kann man nichts machen, ne? Ne. Last Momente. Aber Freunde, damit würde ich sagen, was ist mit neuen Folgen von Big Run? Wir haben zwei Folgen Big Run, neuer Rekord. Es geht wieder in die Ungarn-Zahlen. Sehr geil. Hier in Stead-Festen. Aber ich glaube, Big Run, ich weiß nicht, ob ich nochmal zwei Folgen mache. Vielleicht. Wenn nochmal mit einem anderen, aber ich glaube, alleine werde ich keine zwei Folgen machen. Das ist mir viel zu auswendig. Aber wir haben die neuen Duel-Dies gesehen. Und ja, die Agenisse kam schon, deswegen würde ich sagen, was ist heute in Folge? Hast du noch was zu sagen? Ne, ne? Äh, lasst ein Like da. Ich glaube, der Löwen ist vorbei. Genau. Der hat da auch ein paar draußen bei mir. Das ist super toll. Ähm, kommt drauf an. Ich glaube, erst mal, du bist du auch, Holofel, dann danach ich oder gleichzeitig. Und? Ja, vermutlich. Bis dann, bis dann. Und ciao. Bye, bye.